Welche sind die besten Dividendenaktien der Welt? Das ist natürlich eine Frage, die sich viele Anleger stellen und ich habe mal probiert, mit diesem Video euch da eine gute Unterstützung zu bieten. Ich habe 75 der beliebtesten Dividendenaktien in einem großen Punkte-Ranking gegenübergestellt, um euch dann eben auch mal so ein paar Denkanstöße noch mitzugeben, was ich persönlich wichtig finde, wenn man auch Dividendenunternehmen anschaut, das also viel mehr wichtig ist als nur die Dividendenrendite und vielleicht das Wachstum der letzten Jahre, denn man muss auch das Geschäftsmodell und die operative Tätigkeit natürlich mit einbeziehen und noch vieles andere. All das habe ich gemacht mit den aktuellsten Daten, die teilweise erst zwei Tage alt sind. Ich habe über 70 Arbeitsstunden in dieses Video reingesteckt, um es wirklich so umfangreich wie möglich für euch zu gestalten und eben auch wirklich alle beliebten Unternehmen hier mit reinzunehmen. Natürlich auch bei 75 gibt es das ein oder andere Unternehmen, wo es eben nicht mit reingeschafft hat. Dafür bitte ich natürlich um Verzeihung. Aber nahezu jedes bekannte Unternehmen sollte eigentlich mit dabei sein. Das heißt jetzt aber natürlich nicht automatisch, wenn ein Unternehmen zwei Punkte mehr als das andere hat, dass es dann auch um so viel Prozent besser ist. Also manchmal entscheiden ja wirklich nur kleine Nuancen dann, ob man einen Punkt bekommen hat oder nicht. Aber ich glaube, das Video kann euch gute Anhaltspunkte dazu geben, was bei den Unternehmen gut gelaufen ist, was in den nächsten Jahren noch los sein soll. Ich habe viele Sachen aus der Zukunft, einige aus der Vergangenheit mit reingenommen. Das ist natürlich dann eben auch unterschiedlich gewichtet. Aber all das erfahrt ihr natürlich dann bei der Punktevergabe, wo ich euch dann nochmal genau zeige, wo man wie viele Punkte bekommen kann. Außerdem gibt es auch noch ein Easter Egg für euch in dem Video. Ihr könnt nämlich ein Meet & Greet mit mir gewinnen oder eine Wunschanalyse eurer Wahl. Ich habe ein kleines Easter Egg in dem Video versteckt. Wenn ihr der Meinung seid, ihr habt es gefunden, lasst einen Kommentar da. Derjenige, der es als erstes findet, bei dem werde ich mich dann zurückmelden und der darf sich dann aussuchen, was er hier gerne hätte. Ansonsten, wie gesagt, ihr habt gehört, es ist sehr viel Arbeit in das Video reingeflossen. Lasst gerne einen Daumen nach oben für das Video da. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, herzlich willkommen. Ich würde mich sehr über ein Abo freuen, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt oder auch ansonsten immer wieder neue Aktien, News und Analysen. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Video. So ein Video hat es ja schon mal in einem ähnlichen Umfang bei mir gegeben. Vor fast einem Jahr habe ich schon mal die 50 beliebtesten Dividendenaktien genau analysiert und dann eben in ein Punkte-Ranking eingeordnet. Aber dieses Mal ist das Ganze noch ausführlicher. Ich habe den Score nochmal deutlich überarbeitet, auch in Zusammenarbeit mit euch, indem ich Rückfragen gestellt habe in mehreren Livestreams. Und somit ist dann heute dieses Video entstanden mit den 75 beliebtesten Dividendenaktien und auch eben nochmal sehr viel mehr Bewertungskriterien. Und die sehen wir hier. Das werden wir jetzt alles mal kurz durchgehen, dass ihr eben auch wisst, wie die Punkte entstehen. Ihr seht, insgesamt kann ein Unternehmen 40 Punkte erreichen. Und wir beginnen hier oben. Da kommen mal so die wichtigsten Parameter bei einer Dividendenaktie. Also sprich, wie hoch ist die Rendite? Und hier haben die Unternehmen auch die Möglichkeit, die meisten Punkte zu holen. Denn im Endeffekt ist das ja eben auch genau das, was wichtig ist bei einem Dividendenunternehmen, wenn sie im Depot sind, wie viel dann eben auch mal ausgeschüttet wird. Da es aber eben auch sehr viele andere wichtige Parameter gibt, haben wir hier eben auch noch andere Kennzahlen, die viele Punkte geben. Zum einen, wie das Wachstum in den letzten Jahren war. Nämlich drei kann man hier insgesamt bekommen. Also bis 5% jährliches Wachstum gibt es ein Punkt. Bis 10% gibt es dann zwei Punkte. Und wenn ein Unternehmen im Schnitt über 10% gewachsen ist, gab es dann hier drei Punkte. Dann habe ich mal geschaut, was hier denn so in den nächsten beiden Jahren an Dividendenanhebung erwartet wird. Wenn in den nächsten beiden Jahren zusammengenommen, also nicht jährlich, sondern in beiden Jahren zusammen, ein Unternehmen nur 5% oder weniger haben soll, gibt es gar keinen Punkt. Und ab 5% in den nächsten zwei Jahren gibt es einen, ab 10%, 2% und ab 15% gibt es drei Punkte. Denn man muss ja überlegen, wenn es 15% in zwei Jahren sind, dann sind wir ja gerade mal so bei knapp 7,5%, also nicht mal ganz. Deswegen muss man hier auch eine relativ hohe Zahl dann erreichen. Dann bei der Ausschüttungsquote, die volle Punktzahl von zwei erreichten Unternehmen, wenn sie zwischen 30% und 70% Ausschüttungsquote sind. Wenn sie unter oder über dem Wert sind, bekommen sie einen Punkt. Wenn sie 100% oder mehr haben, gibt es hier keinen Punkt. Bei der Historie, wenn ein Unternehmen 5 Jahre in Folge hier kontinuierlich entweder nicht gesenkt oder angehoben hat, gibt es einen Punkt. Und ab 10 Jahren gibt es zwei Punkte. Ich weiß, da würden jetzt wahrscheinlich viele anführen, dass ein Unternehmen mit 30 Jahren ja natürlich eine sehr viel längere Historie hat. Ich bin aber der Meinung, wenn ein Unternehmen bereits seit 10 Jahren in Folge hier wirklich eine Historie sich aufgebaut hat, dann sind die Unterschiede hier nicht mehr ganz so gravierend groß. Aber könnte man natürlich auch selber dann für sich persönlich nochmal mehr Punkte vergeben. Das ist ja dann eben auch schön. Dann habe ich mir angeschaut, wie die Aktienanzahl ist. Also ist die rückläufig gewesen im jährlichen Schnitt. Dann bekommt man hier zwei Punkte, wenn sie gleich geblieben ist, einen Punkt. Und wenn neue Aktien ausgegeben wurden, gibt es natürlich null. Bei der Quellensteuer habe ich dann berücksichtigt, welche Unternehmen hier für uns in Deutschland dann gut sind von den Ausschüttungen her. Also da gibt es dann aber auch nur maximal einen Punkt, weil man kann sich ja oft, obwohl sie schlecht sind von der Quellensteuer, diese auch zurückholen. Dann habe ich mir die Cash-Position angeschaut. Also haben sie Finanzschulden, dann gibt es keine Punkte. Wenn sie eine positive Bilanz hier haben, also sprich eine Nettoliquidität, dann gibt es zwei Punkte. Warum habe ich hier nicht die Finanzverschuldung genommen, also den Grad? Denn in der aktuellen Hochzinsphase ist es für Unternehmen immer schwierig, wenn sie Netto-Schulden haben. Also auch wenn die Ertragskraft dem entgegen trotzdem sehr stark aussieht, denn man muss ja auf die ganzen Finanzverbindlichkeiten eben dann auch hohe Zinsen aktuell bezahlen. Deswegen habe ich das diesmal so gemacht. Dann habe ich mir auch Parameter der vergangenen fünf Jahre angeschaut. Also sprich das Kager-Umsatz fünf Jahre, also das jährliche Umsatzwachstum, lag das bei fünf Prozent im Schnitt. Dann hat man einen Punkt bekommen. Wenn der Gewinn im Schnitt um fünf Prozent gewachsen ist, wieder einen Punkt. Und beim Free Cashflow ebenfalls. Und wenn die Eigenkapitalrendite aktuell über zehn Prozent liegt, dann gab es hier ebenfalls einen Punkt. Ich wollte aber vergangene Kennzahlen nicht ganz so hoch gewichten. Daher gibt es hier lediglich immer nur einen Punkt. Beim Geschäftsmodell, das habe ich dann persönlich eingeordnet, wie stark ich das Unternehmen und das Geschäftsmodell an sich finde. Deswegen gab es hier dann auch fünf Punkte, weil es für mich auch essentiell wichtig für die Zukunft dann eben ist. Dann, ob in den letzten fünf Jahren die Bruttomarschen, die Free Cashflow-Marschen und die EBITDA-Marschen gestiegen sind. Also sprich das letzte vollendete Geschäftsjahr, hatte das eine höhere Marge als dann eben das Geschäftsjahr von vor fünf Jahren. Wenn die Antwort hier Ja lautet, gab es hier ebenfalls jedenfalls einen Punkt. Ist natürlich auch immer ein Thema. Wird das Unternehmen profitabler? Da haben sie eine Preissetzungsmacht oder hatten sie eher Probleme, in den letzten Jahren ihre Margen zu halten. Dann, ob aktuell die Dividendenrendite höher ist als ihr Durchschnitt in den fünf Jahren, dann bekommt man einen Punkt. Und ob das aktuelle KGV unter seinem Fünf-Jahress-Schnitt liegt, dann gibt es ebenfalls einen Punkt. Und dann habe ich nochmal in die Zukunft geschaut. Also sprich, was die Analystenerwartung, ob das Unternehmen in den nächsten drei vollen Jahren den Free Cashflow steigern soll. Also soll das Unternehmen in drei Jahren mehr Free Cashflow haben als zum aktuellen Geschäftsjahr, dann hat man hier zwei Punkte bekommen und beim Gewinn ebenfalls nochmal zwei Punkte. Hier gibt es eben einen Punkt mehr, weil das natürlich essentiell wichtig ist. Man kann aber auch nicht mehr Punkte geben, weil es natürlich schwierig ist, so weit in die Zukunft zu schauen. Dementsprechend wollte ich hier natürlich immer eine gute Balance finden. Und zu guter Letzt, ob das Unternehmen ein starker Zykliker ist. Wenn die Antwort ja ist, gab es hier null Punkte. Und wenn die Antwort nein ist, dann gab es hier keine Punkte. Und so konnte man dann 40 Punkte erreichen. Und nun wollen wir aber auch direkt loslegen. Und zwar mit den Unternehmen, die nicht in den Top 50 mit drinnen sind. Die werden wir im Schnelldurchlauf durchgehen, weil wir nicht uns alle 75 Sheets anschauen nur, sondern nämlich von den 50 Besten. Der letzte Platz geht an NextEra Energy. Und hier habe ich euch auch mal das Sheet dann noch mitgebracht, dass ihr mal wirklich seht, wie es sein kann, dass ein Unternehmen hier nur 15 Punkte bekommt. Also NextEra mit großem Abstand. Der letzte Platz hier, also bei den Dividendenzahlen, da sah es eigentlich noch alles ganz gut aus mit 2% aktuell. Dann hatten sie ein Wachstum von 12,2% und ein erwartetes Wachstum von 20%. Aber wenn wir uns mal andere Kennzahlen anschauen, das sieht wirklich sehr gruselig aus. Cash-Bestand minus 52 Milliarden US-Dollar. Umsatzwachstum nur 1,1%. Free-Cash-Flow-Wachstum war sogar negativ. Und wenn wir uns dann hier mal die Margen anschauen, die sind allesamt gesunken in den letzten Jahren. Die Dividendenrendite aktuell ist niedriger als im Schnitt. Das KGV ist höher als im Schnitt. Und dann obendrein gab es dann noch die Meldung, dass der Free-Cash-Flow negativ werden soll in den nächsten Jahren. Also dementsprechend habe ich hier sogar dann zwei Punkte abgezogen. Denn ein negativer Free-Cash-Flow, das natürlich für ein Unternehmen das Dividenden ausschüttet, der absolute Horror zusätzlich kommt auch noch, dass sie zyklisch sind. Dementsprechend gab es hier für NextEra nur 15 Punkte. Dann als nächstes kamen die mit 18 Punkten Intel und Air Products & Chemicals. 19 Punkte erreicht haben Gillet und GSK. Ganz interessant, bei meinem letzten Ranking war Gillet in der Top-Gruppe mit dabei, da ich jetzt aber sehr viel mehr auch Unternehmenskennzahlen mit reingenommen habe. Da sind sie wirklich sehr stark abgeschifft. Also das mal so ein kleiner Fun-Fact nebenbei. Dann 20 Punkte erreicht haben BP, Stanley Black & Decker, Walmart und Walgreens. 21 Punkte erreicht haben Target, Kimberly-Clark, Imperial Brands und AT&T. 22 Punkte erreicht haben Exxon Mobile und CVS Health. 23 Punkte erreicht haben PepsiCo, Colgate-Palmolive, Shell, Illinois Toolwork und 3M. Und nun kommt die letzte Gruppe, bevor es dann losgeht, wo auch schon der Platz 50 mit dabei ist. Da waren dabei General Dynamics. Das hat mich sehr gewundert, dass ein Rüstungsunternehmen hier relativ wenig Punkte erzielt hat. Dann unsere deutsche Fresenius, McCormick, die Coca-Cola Company, Cisco, General Mills. Und auf Platz 50 hätte ich dann hier Philip Morris eingereiht, weil sie von diesen genannten hier die aktuell höchste Dividendenrendite haben. Und so bin ich nun auch bei den Punkten dann vorgegangen. Also sprich, wir legen dann mit dem Platz 49 los. Das sind die 25-Punkte-Unternehmen. Und da ist Linde auf Platz Nummer 49. Wir werden uns jetzt immer mal so ein paar Highlights der Zahlen anschauen. Linde hat eben aktuell wirklich keine hohe Dividendenrendite. Bei der Aktienanzahl, da sind diese zwar um 12,6% gestiegen, aber da seht ihr, habe ich zwei Sternchen als Marker hingemacht. Und zwar, Linde hatte ja eine große Fusion mit Praxair. Dementsprechend habe ich mir angeschaut, wie sich ansonsten die Aktienanzahlen entwickelt haben. Die sind bei Linde sonst immer fallen gewesen. Deswegen bekommen sie von mir hier trotzdem die Punkte gut geschrieben. Ansonsten, die Margen haben sich hervorragend entwickelt. Was sie ein bisschen Probleme haben, sie bekommen bei mir die volle Punkte beim Geschäftsmodell, da Industriegas für mich ein wirklich sehr spannendes Thema ist. Sie konnten ihre Margen teilweise nicht steigern und sind aktuell auch relativ hoch von der Bewertung, wo sie dann keine Punkte einsammeln konnten. Und zusätzlich kommt auch, dass der Free Cash Flow nicht ansteigen soll in den nächsten Jahren. Dementsprechend hatten sie hier ein Ergebnis von 25 Punkten. Auf Platz 48 war Hormel Foods. Die hatten bei den Dividendenzahlen wirklich sehr gute Werte. Also da konnten sie sehr viele Punkte einsammeln, wie wir sehen können. Gutes Wachstum in den letzten Jahren. Man erwartet auch 13,3 Prozent. Also das sieht alles sehr stark aus. Wo sie wirklich nicht gut waren, ist bei der operativen Entwicklung der letzten Jahre. Da sieht man, da haben sie insgesamt nur einen Punkt aktuell. Also die ganzen Wachstumsraten nicht gut. Dann haben sie eben auch 2,4 Milliarden Schulden aktuell. Geschäftsmodell gebe ich vier Punkte, weil Hormel natürlich im Nahrungsmittelbereich ein wirklich sehr gutes Unternehmen ist. Aber auch margentechnisch konnte nur die Free Cash Flow Marge in den letzten Jahren zulegen. Die Rendite ist aktuell über ihrem Fünf-Jahres-Schnitt, was positiv ist. Aber ihr KGV mit 26,3 doch ein gutes Stück über ihrem Durchschnitt. Der Free Cash Flow und der Gewinn soll steigen. Zyklisch sind sie durch ihr Thema Nahrungsmittel meines Erachtens nach nicht, weshalb sie dann hier auch 25 Punkte bekommen haben. Aber eben mehr Dividendenrendite als Linde. Somit Platz 48. Auf Platz 47 kommt Lockheed Martin. Also gerade Rüstung ist ja auch bei vielen Dividendenanlegern oft sehr beliebt. Wir sehen, bei den Dividenden-Kennzahlen haben sie wirklich viele Punkte einsammeln können. Bei der operativen Entwicklung, ja, da gab es Licht und Schatten. Da konnten sie drei Punkte insgesamt einheimen. Sie haben doch auch eine relativ hohe Nettoverschuldung. Auch der Gewinn konnte in den letzten fünf Jahren nur im Schnitt um 3,6 Prozent zulegen. Wenn wir uns dann hier auf der rechten Seite so ein bisschen die weitere operative Entwicklung anschauen, da sehen wir einige Punkte. Geschäftsmodell, Rüstung natürlich sehr beständig. Aber natürlich auch ein bisschen ein Problem, dass sie eben auch ein starker Zykliker dann hier sind. Also da gibt es manchmal wirklich Jahre, wo es nicht gut läuft. Und der Free Cashflow soll über die nächsten Jahre auch nicht ansteigen. Dementsprechend Lockheed Martin 25 von 40 Punkten. An dieser Stelle möchte ich mich noch recht herzlich bei der Timeless App für das Sponsoring dieses Videos bedanken. Bei Timeless habt ihr die Möglichkeit, in verschiedenste Assetklassen zu investieren, wie beispielsweise Sneaker, alte Sammelkarten, Whisky oder sehr teure Uhren, wo ihr schon ab 50 Euro pro Anteil rein könnt. Demnächst als Highlight meines Erachtens nach eine Rolex Daytate Bark aus dem Collectors Club, also in Gold, die man ab dem 24.11. hier zum Investieren freigeschalten bekommt. Hier seht ihr mal meine aktuellen Invest. Ich habe schon in Kunst von Banksy investiert, mehrere Patek Philipp Uhren oder alte original verpackte Videospiele. Zuletzt gab es auch wieder Assets mit zweistelligen Wachstumsraten, also wo an die Anteilseigner dann ausgeschüttet wurde. Also hier eine Patek Philipp mit über 16% in relativ kurzer Zeit oder in der Vergangenheit dann auch eine Vachero Konstantin mit 200% Wertwachstum. Also hier warten regelmäßig auf euch spannende Assets, in welche man bereits ab 50 Euro investieren kann. Und mit meinem Affiliate-Link unten in der Videobeschreibung bekommt ihr nicht nur ein 10 Euro Startguthaben geschenkt, welches ihr fürs Investieren benutzen könnt, sondern auch ein Willkommens-Asset, welches dann nur für neue Kunden bei Timeless dann freigeschalten wird. Zuletzt gab es hier dann eine Odemer Piqué oder ein original verpacktes Super Mario World zum Investieren. Außerdem hilft es natürlich auch, die Arbeit auf meinem Kanal zu finanzieren und solche großen Videoprojekte wie dies hier. Deswegen schaut gerne unten in die Videobeschreibung rein und nutzt meinen Link. Vielen Dank dafür. Auf Platz 46 war die Aktie von Medtronic, die aktuell mit einer 3,2%igen Dividendenrendite lockt. Ansonsten auch hier wirklich tolle Kennzahlen, Ausschüttungsquote gut 45 Jahre erhöht, in Folge Aktienanzahl sinkend. Aber operative Entwicklung, die war wirklich nicht gut in den letzten Jahren. Also da hatten sie keinen einzigen Punkt für sich verbuchen können, weshalb dann eben auch nur 25 Punkte am Ende übrig waren. Hohe Nettoverschuldung und wenig Wachstum, gerade bei Umsatz und Free Cashflow. Das Geschäftsmodell bekommt von mir vier Punkte. Free Cashflow Margin war steigend, aber dafür die EBITDA-Marge und die Bruttomarge eben nicht. Die Rendite ist aktuell deutlich höher als gewohnt und auch das KGV deutlich niedriger. Also das kann eine wirklich gute Chance sein. Und in den nächsten Jahren sollen sowohl Gewinn als auch Free Cashflow steigen. Deswegen gute 25 Punkte. Das nächste Unternehmen ist Clorox, die aktuell 3,2% Rendite haben, genauso wie Medtronic. Da bin ich dann so vorgegangen, wenn die Historie besser ist, da die aber eben auch gleich war wie bei Medtronic, habe ich dann eben die Quellensteuer als drittes Merkmal dann genommen, weshalb Clorox dann hier den Platz 45 bekommt. Auch hier bei den Dividenden ansonsten gute Punkte. Ein bisschen wenig Wachstum in den nächsten zwei Jahren mit gerade mal 7,1%. Also sprich, man erwartet nur 3,5% pro Jahr aktuell Wachstum. Operativ ist es auch nicht ganz so stark in den letzten Jahren gelaufen. Nur der Free Cashflow ist gut angestiegen. Man hat 2,5 Milliarden Netto-Schulden. Und allgemein, die Margen konnten alle nicht angehoben werden in den letzten Jahren. Dementsprechend hat man hier keine Punkte für sich verbuchen können. Die Rendite ist aktuell über dem Schnitt der letzten Jahre, aber das KGV auch deutlich teurer. Aber Free Cash und Gewinn soll steigen, also sehr positiv. Deswegen Clorox Platz 45. Auf Platz 44 kommt die Aktie von Pfizer, die eine 3,3%ige Rendite haben. Auch hier erwartet man nicht ganz so viel Wachstum in den nächsten Jahren. Bei Pfizer war ja aktuell viel los. Also es gab Umstrukturierung, Neuausrichtung. Dementsprechend sind auch hier einige Kennzahlen ein Stück weit nicht ganz so aussagkräftig, weil man ja Sachen abgespalten hat. Dann kam ja diese große, also ich würde es jetzt mal einmal Belastung mit dem Corona-Impfstoff nennen, der natürlich über mehrere Jahre gilt. Aber trotzdem, deswegen konnten sie hier unten viele Punkte einheimsen bei den operativen Entwicklungen. Geschäftsmodell gebe ich vier Punkte, weil Pfizer ein wirklich sehr starkes Gesundheitsunternehmen ist. Free Cashflow und EBITDA-Margin konnten angehoben werden in den letzten Jahren. Die Rendite aktuell liegt aber unter ihrem Durchschnitt. KGV allerdings auch. Free Cashflow und Gewinn in den nächsten Jahren sollen allerdings nicht ansteigen. Zyklisch sind sie nicht. Deswegen Platz 44 mit 25 Punkten für Pfizer. Auf Platz 43 kommt die Deutsche Telekom. Die hat 3,3% Rendite. Aber ihr seht es, da ist ein kleiner Stern mit dran. Denn für uns in Deutschland gibt es die Dividende von Telekom nämlich steuerfrei. Weshalb ich sie hier dann höher gerankt habe als die anderen Unternehmen, weil hier natürlich sehr viel mehr dann für uns übrig bleibt. Ansonsten gibt es hier auch einige Punkte, die man nicht holen konnte. Beispielsweise beständige Historie, die Aktienanzahl steigen gewesen. Beispielsweise operativ ist es zuletzt wieder ganz gut eigentlich angelaufen. Ich habe hier steigend hingeschrieben. Das ist und zwar dann der Fall, wenn vor fünf Jahren hier der Free Cashflow negativ war. Dann kann man hier natürlich keine Prozentzahl ausrechnen. Da es aber zuletzt Tendenz steigend war, haben sie hier dann einen Punkt bekommen. Also sogar stark steigend. Beim Geschäftsmodell habe ich drei Punkte gegeben. Telekommunikation ist grundsolide, aber so die ganz großen Wachstumsfantasien fehlen da natürlich. Die Margen, da konnte man sehr viele Punkte holen. Die Rendite aktuell nicht über dem Fünf-Jahress-Schnitt bei dem KGV ganz knapp. Also eigentlich liegt man so auf seinem Fünf-Jahress-Schnitt, aber trotzdem auch knapp ist ein Punkt. Und die Cashflows und Gewinne sollen steigen und wirklich zyklisch ist man nicht. Deswegen auch hier für die Telekom gute 25 Punkte. Als nächstes IBM. Da wissen wir ja gerade aus der operativen Basis, wie auch hier, schön zu sehen, da gab es wirklich nicht viel Positives zu berichten. Allerdings bei der Dividende konnte man viele Punkte holen. Man hat eine hohe Rendite. Man ist immerhin ein bisschen beständig gewachsen. Man erwartet auch in den nächsten Jahren weitere Erhöhungen. Man geht aber langsam so Richtung 100% Free Cashflow. Das wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein. Und sie haben auch fleißig weiter Aktien zurückgekauft. Man sieht ansonsten, Margen konnten sogar teilweise angehoben werden, wobei sie natürlich auch von einem sehr niedrigen Niveau zuletzt gekommen sind. Die Rendite ist aktuell aber unter ihrem Fünf-Jahress-Schnitt und das KGV aktuell sehr weit oben. Der Free Cashflow und der Gewinn soll aber in den nächsten Jahren steigen und wirklich zyklisch ist es auch nicht. Und mit 4,6% Rendite sind sie auf Platz 42 damit. Dann ist Legget & Platt mit dabei. Ein waschechter Dividendenkönig. Und die locken mit einer Rendite von 5,0%. Auch hatten sie immer wieder noch regelmäßig Wachstumsraten zum mittleren einstelligen Prozentbereich. Man erwartet auch, dass 8,4% in den nächsten zwei Jahren die Dividende angehoben werden soll. Ausschüttung 81% ist natürlich schon relativ hoch. Aber für so ein Unternehmen, ja, die sind ja so im Möbelbereich tätig. Also das ist jetzt nicht mehr irgendwie sowas, wo du so ganz viel in neue Innovationen natürlich reinstecken musst. Bei der operativen Entwicklung, die war jetzt nicht ganz so stark, wie man sehen kann. Der Umsatz konnte zwar gut gesteigert werden, aber unter dem Strich ist nicht so viel davon übrig geblieben. Man hat bei den Margen auch nur bei der EBDA-Marge hier punkten können. Die Rendite ist aktuell aber deutlich höher, als man es gewohnt war. Und das KGV unter seinem Fünf-Jahress-Schnitt. Also da steht Legget & Platt aktuell ganz gut da. Und man erwartet auch, dass in den nächsten Jahren der Free-Cash-Flow höher sein soll als zuletzt. Beim Gewinn rechnet man nicht ganz so sehr mit so guten Zahlen. Dementsprechend Ergebnis 25 aus 40 Punkten. Und noch ein Platz weiter vorne mit 25 Punkten ist Verizon. Die locken aktuell mit einer Dividendenrendite von 6,7%. Also wirklich sehr, sehr stark. Wachstum war aber fast keines mehr vorhanden. In den nächsten Jahren rechnet man zwar mit 3,5% Wachstum auf zwei Jahre Sicht, aber das ist eben auch fast gar nichts. Dann mehr Ausschüttungsquote lag zuletzt bei 75%. Das ganz große Manko für mich bei Verizon sind die Netto-Schulden mit 153 Milliarden. Man darf aber nicht vergessen, bei denen steckt auch eine wahnsinnig hohe Wirtschaftlichkeit dahinter. Also die haben auch ein wirklich sehr hohes EBITDA, weshalb das jetzt bei einem Unternehmen wie Verizon, natürlich ist es trotzdem eine Riesenmenge voll Geld. Aber Verizon ist ein Unternehmen, die so einen Schuldenberg auch stemmen können. Nichtsdestotrotz kommen jetzt natürlich durch diese aktuellen Zinsphasen dann auch hier sehr viel Mehrkosten auf das Unternehmen mit zu. Ansonsten operativ gesehen haben sie sich ganz gut entwickelt. Bei den Margen, ja, da sieht es ganz okay aus. Und der Free Cashflow und der Gewinn soll in den nächsten Jahren steigen. Zyklisch sind sie auch nicht. Und dementsprechend hier einen guten 40. Platz für Verizon. Als nächstes gehen wir in die Kategorie der 26 Punkte, also die, die einen Punkt mehr erreicht haben. Und dann folgt auf Platz 39 Ecolab, das ist ein Unternehmen, ja, so im Putzbereich, also viel so Putzmittel, aber auch so hochspezialisierte Sachen. Wir sehen, bei der Dividende konnte man einige Punkte für sich holen. Auf operativer Basis ist es aber in den letzten Jahren wirklich gar nicht gut gelaufen. Sind auch ein bisschen dafür bekannt geworden, da sie Bill Gates bei sich sehr lange im Portfolio schon hatte. Ein Geschäftsmodell sehe ich als ganz solide an. Bei den Margen war auch nicht wirklich viel zu holen, also unterstreicht nochmal die wirklich schwache operative Entwicklung, die sie zuletzt hatten. Aktuell haben sie eine höhere Rendite, lag aber durchschnittlich auch nur bei 1,0. Das KGV ist unter dem 5-Jahres-Wert. Allerdings, wenn wir hier sehen, also ein Unternehmen wie Ecolab mit einem KGV von 37 und Durchschnittskagel von 38, wäre mir persönlich zu hoch. Also auch wenn sie hier auf Platz 39 sind, sehe ich sie aktuell als nicht so wirklich spannend an. Trotzdem sehr solide 26 Punkte. Dann auf Platz 38 kommt Diageo, ein Unternehmen, welches ein sehr breit diversifiziertes Spirituosenunternehmen ist. Also hier so wirklich die komplette Palette inne hat. Und sie sind einer der absoluten Highflyer für die nächsten Jahre. Also was Analysten aktuell schätzen, da rechnet man nämlich mit 17,1% Wachstum in den nächsten zwei Jahren. Also da soll es wirklich saftige Erhöhungen geben. Ausstellungsquote 62%, das sieht wirklich ganz gut aus. Auch eine sehr lange Historie, 35 Jahre ununterbrochen erhöht. Sind aus UK, also auch für uns in Deutschland sehr spannend, da man hier gar keine Quellensteuer verrichten muss. Cash minus 12 Milliarden operativ gesehen, dreimal ein Plus, aber nur einmal über 5%. Deswegen gibt es hier auch nur einen Punkt. Geschäftsmodell sehe ich als grundsolide an und natürlich eben auch einen wirklich guten Burggraben. Da viele natürlich hier immer gerne bei ihren bevorzugten Spirituosen und alkoholischen Getränken bleiben. Auf der Margenebene hat es nicht so gut ausgesehen. Da konnte man keine Punkte für sich holen. KGV aktuell deutlich unter dem Fünfjahresschnitt. Und Free Cashflow gewinnt so in den nächsten Jahren. Steigen zyklisch ist das Ganze natürlich auch nicht. Deswegen wirklich ein sehr guter 38. Platz für Diageo. Auf Platz 37 Blackstone, ein Unternehmen, welches ich aktuell wirklich sehr interessant für ein Dividendendepot finde, weil sie eine wirklich wahnsinnig hohe Dividendenrendite aufrufen mit 5,4%. Hatten in den letzten fünf Jahren Wachstum von 9,0% und man erwartet zumindest aktuell in den nächsten zwei Jahren 14,0% Wachstum. Da bin ich gespannt, ob sie das wirklich so halten können, weil es ja auch eine schwierige Phase ist. Blackstone ist ja ein sehr breit diversifiziertes Unternehmen. Also die machen so ziemlich alles aus dem Finanzbereich. Also Hedgefonds, Venture Capital und auch Immobilien. Und da das ja aktuell nicht so eine ganz gute Marktphase teilweise für solche Unternehmen ist, bin ich mal gespannt. Hohe Cashposition haben sie, das ist natürlich sehr positiv. Wachstum, Umsatzgewinn war sehr stark in den letzten Jahren. Deswegen hier auch nochmal zwei Punkte. Geschäftsmodell gefällt mir sehr gut. Vor allem, weil Blackstone auch hier sehr stark positioniert ist. Dementsprechend bekommen sie von mir hier fünf Punkte. Da sie aber eben in so einem Spezialbereich tätig sind, gibt es hier keine Brutto- und EBITDA-Marschen. Weshalb sie dann hier zumindest einen Punkt von mir dann bekommen. Also es gibt noch zwei, drei Unternehmen, die ebenfalls so sind. Da habe ich dann jeweils einen Punkt vergeben, dass man hier nicht immer aufgrund der Geschäftstätigkeit gar keine Punkte bekommt. Free Cashflow-Marge war steigernd. Die Rendite 4,9% im Schnitt. Also da liegt man aktuell drüber. KGV allerdings teurer. Steigt der Free Cashflow-Gewinn? Ja, ist aber auch ein zyklisches Unternehmen. Dementsprechend 26 Punkte. Dann kommen schon die 27 Punkte. Und die beginnen mit KLA auf Platz 36. 1,3% Rendite aktuell. Sie hatten eine der stärksten Wachstumsraten in den letzten Jahren. 15,8% im Schnitt. Und man erwartet auch hier in den nächsten beiden Jahren eine Dividendenerhöhung von fast 35%. Also wirklich wahnsinnig stark. Seit 16 Jahren in Folge gab es hier keine Senkung und operativ gesehen die Ergebnisse suchen ihresgleichen. Also denkt dran, das ist der jährliche Durchschnitt ihres Wachstums. Also sehr, sehr stark. Also alles über 20%. Geschäftsmodell KLA ist wirklich einzigartig positioniert. Also haben eine ähnlich starke Marktposition wie ASML im Maschinenbaubereich. Deswegen gibt es hier fünf Punkte für mich. Aber bei KLA ist eben auch eine starke Zyklik immer wieder mal vorhanden. Ihre Maschinen kommen ja beim Halbleiterbereich zum Einsatz. Margen, Free Cash und EBTA waren steigernd. Rendite liegt aktuell deutlich unter ihrem Fünfjahresschnitt, weil sie eben auch sich relativ gut gehalten haben. KGV liegt aber auch unter ihrem Fünfjahresschnitt und somit starke 27 Punkte für KLA. Auf Platz 35 kommt Church & White. Da haben wir aktuell eine Rendite von 1,4% und ein durchschnittliches Wachstum von 7,4%. Da rechnen wir in den nächsten beiden Jahren so im Schnitt ungefähr mit 5% Wachstum. Ausschüttung auf den Free Cashflow 36%. Operativ gesehen hat sich das Unternehmen sehr stark entwickelt. Also sehr gute Wachstumsraten. Deswegen auch hier gute vier Punkte. Bei der Marge konnte man ebenfalls zwei Punkte für sich einheimsen. Rendite aktuell nur knapp über dem Schnitt, aber trotzdem drüber. KGV 25% zwar unter dem Schnitt, aber ist natürlich für ein Unternehmen wie Church & White trotzdem eine relativ sportliche Nummer. Weil ja, so diese ganz großen Wachstumsfantasien hat man da natürlich nicht. Aber natürlich ein sehr, sehr beständiges Unternehmen. Deswegen gute 27 Punkte für Church & White. Auf Platz 34 kommt Kroger. Für mich so aus dem Nahrungsmittel-Retail-Bereich das interessanteste Unternehmen, was Dividenden angeht. Weil sie auch wirklich eine sehr stattliche Rendite mit 2,0% haben und auch gewillt sind, diese sehr stark anzuheben. Das ist ihr großer Vorteil gegenüber von Walmart oder eben Costco, die entweder eine sehr niedrige Rendite haben oder sehr geringes Wachstum. Da hat Kroger eben so den guten Weg dazwischen. Die haben also von beiden so ziemlich das Beste. Operativ gesehen Umsatz und Free Cashflow sehr stark angestiegen in den letzten Jahren. Gewinn ist sinkend hier gewesen. Haben 16,8 Milliarden Schulden zum aktuellen Zeitpunkt. Marschen, Free Cashflow und EBITDA konnten steigen. Jeweils also ein Punkt. Die Rendite ist auch aktuell über ihrem Schnitt. Und das KGV, man sieht hier zwar keinen Punkt, aber 14,6 und in den letzten 5 Jahren war man bei 14,5. Also dementsprechend sind sie auch aktuell so auf ihrem Durchschnittswert aktuell von der Bewertung her. Free Cashflow soll nicht steigend in den nächsten Jahren sein, aber der Gewinn soll ansteigen. Und da man auch kein Zykliker ist, hier wirklich gute 27 Punkte für Kroger. Auf Platz 33 kommt Qualcomm, eines der bekanntesten Halbleiterunternehmen. 2,4 Prozent Rendite. In den nächsten beiden Jahren rechnet man mit 10,8 Prozent Wachstum. Und man hat aktuell eine wirklich traumhafte Ausschüttungsquote, 49 Prozent. Wie ich finde, genau perfekt. Also nicht zu viel, nicht zu wenig. 19 Jahre Historie, sieht ebenfalls gut aus. In den letzten 5 Jahren ist es wirklich sehr, sehr gut für das Unternehmen gelaufen, wie man hier an den Wachstumsraten sehen kann. 7,2 Milliarden Dollar. Netto Schulden ist jetzt aber für so ein wirtschaftliches Unternehmen wie Qualcomm wirklich kein so allzu großes Problem. Geschäftsmodell Qualcomm sehr stark positioniert, sehr breit, sehr viele Kunden. Deswegen hier eine 5 von meiner Seite aus. Die Margen allesamt angestiegen, aber sie sind aktuell von der Rendite ein deutliches Stück von ihrem Durchschnittswert entfernt. KGV dafür aktuell wirklich sehr günstig. Sind ja zuletzt auch immer wieder unter die Räder gekommen. Free Cashflow soll ansteigen in den nächsten Jahren. Der Gewinn allerdings nicht. Zyklisch sind sie auf jeden Fall sehr stark. Also da fehlen ihnen die zwei Punkte. Deshalb 27 Punkte für Qualcomm. Auf Platz 32 Procter & Gamble. Ja, eine der sichersten Banken im Dividendenbereich. Wenn wir uns hier das Ganze anschauen. 66 Jahre in Folge die Dividende erhöht. Also einer der beständigsten Dividendenkönige. 2,6 Prozent Rendite aktuell. So ihr kleines Manko ist, dass hier nicht so die ganz großen Wachstumsraten bei den Dividenden sind. Immer so im Schnitt so um die 5 Prozent. Operativ gesehen ist es zuletzt eigentlich ganz gut gelaufen. Umsatz und auch Free Cashflow sieht wirklich gut aus. Da man aber nur beim Free Cashflow über 5 Prozent war, gibt es also nur hier den Punkt. Geschäftsmodell 4 Punkte. Sehr solide. Einen Punkt ziehe ich hier eben ab, weil eben auch hier so die ganz großen Wachstumsfantasien nicht bei dem Titel mit dabei sind. Also eben auch so was die Ergebnisse angeht. Rendite ist aktuell 0,1 Prozent unter ihrem Durchschnitt. Aber das KGV auch deutlich niedriger als in den letzten Jahren. Man darf aber natürlich auch nicht vergessen, von was für Jahren wir hier sprechen aus den letzten 5 Jahren. Deswegen sind sehr viele Unternehmen aktuell vom KGV her unter ihrem Durchschnittswert. Steigt der Free Cashflow in den nächsten Jahren? Ja, der Gewinn auch. Zyklisch sind sie nicht. Deswegen sind nur 20 Punkte für Procter & Gamble. Auf Platz 31 Amgen. Die hätte ich tatsächlich erstmal weiter oben erwartet. Aber da ist es operativ gar nicht so gut gelaufen, wie es die Dividendenentwicklung vermutet hätte. Denn sie waren eines der wirklich stärkst wachsenden Unternehmen im Dividendenbereich. Also was die Anhebung angeht, 11,6 Prozent im Schnitt wurden in den letzten 5 Jahren die Dividende angehoben. Aktuell ist man bei 2,7 Prozent, weil sie sich auch in dieser aktuell schwierigen Phase wirklich gut gehalten haben. Erwartet das Dividendenwachstum in den nächsten 2 Jahren auch sehr hoch. 17,7 Prozent, Ausschüttung 46 Prozent, 11 Jahre in Folge erhöht und auch wahnsinnig viele Aktien hier vernichtet sozusagen. Also hier wirklich sehr viele Punkte geholt. Aber operativ gesehen Umsatz nur 2,5 Prozent gestiegen. Gewinn Free Cashflow war sogar rückläufig. Und auch bei den Margen musste man alle Punkte liegen lassen. Deswegen konnte Amgen hier keinen Platz weiter vorne sich sichern. Trotzdem, man erwartet steigende Free Cashflows und Gewinne. Man ist nicht zyklisch und in einem Bereich mit einer sehr guten Zukunft. Deswegen 27 Punkte und dann Platz 31 für Amgen. Auf Platz Nummer 30, ein Unternehmen, welches man ebenfalls immer sehr ähnlich da mit dazu einbezieht, ist Abvi. Die haben aber eine sehr viel höhere Rendite. Deswegen haben sie einen Platz besser. Sie sind auch der Führende im 27-Punkte-Bereich. Man hat hier 3,7 Prozent Rendite, hatte durchschnittliches Wachstum von 18,1 Prozent. Man erwartet in den nächsten 2 Jahren hier aber eine deutliche Abkühlung. Nur noch 12,4 Prozent über die nächsten 2 Jahre hinweg. Das ist also sehr viel weniger. Also da ist man so bei knapp 6 Prozent dann jährlich. Ausschüttungsquote 69 Prozent. Operativ gesehen lief es aber hier von den Zahlen sehr stark. Also sehr hohe Wachstumsraten bei Umsatzgewinn, Free Cashflow, aber hat auch einen großen Schuldenberg, den man beobachten sollte. 48,5 Milliarden Dollar in der Kreide. Das ist auf jeden Fall relativ viel. Bei den Margen Free Cashflow, EBITDA ist angestiegen in dem Zeitraum. Man hat aktuell eine niedrigere Dividendenrendite als im Durchschnitt in den letzten 5 Jahren, aber auch ein deutlich niedrigeres KGV. Der Gewinn soll nicht steigen, dementsprechend aber der Free Cashflow, deswegen bekommen sie hier zwei Punkte. Zyklisch sind sie nicht und damit 27 Punkte. EBITDA ist hier der Bestplatzierteste. Und damit sind wir auch schon in der Kategorie 28 Punkte. Die beginnt mit McDonald's. Natürlich Dividendeninvestors Liebling. Ein Unternehmen, welches seit 46 Jahren in Folge die Dividende angehoben hat, haben aber aktuell keine so hohe Rendite, wie man es sonst von ihnen gewohnt war. Im Schnitt lag die bei 2,3 Prozent, aktuell nur 2,0. Im Schnitt hat man diese um 8 Prozent angehoben. Man erwartet 15 Prozent Wachstum in den nächsten zwei Jahren. Und operativ gesehen gab es ja da so einen großen Switch, also dass man immer mehr sich auf sein Franchise-Modell fokussiert. Deswegen ist der Umsatz Rückläufe gewesen, was aber da eben dann überhaupt keine Rolle spielt. Denn man sieht es an den Gewinnen und an den Free Cashflows. Da hat das Ganze auf jeden Fall sehr viel Sinn gemacht. Haben ein Minus von 45 Milliarden Dollar und eine negative Eigenkapitalrendite. Was man bei McDonald's aber eben nicht vergessen darf, ist das unfassbar große Immobilienportfolio, welches vor knapp zwei Jahren schon auf über 40 Milliarden Dollar taxiert wurde. Das könnte natürlich jetzt aktuell auch ein Stück weit an Wert verlieren, aber ist natürlich eben auch eines der größten Immobilienunternehmen der Welt. Die Margen allesamt steigen gewesen. Rendite, wie schon erwähnt, aktuell unter ihrem Wert. Und das KGV aktuell auch für McDonald's Verhältnisse wirklich sehr hoch. 34,4. Free Cashflow und Gewinne sollen weiter ansteigen. Zyklisch sind sie nicht. Deswegen gute 28 Punkte für McDonald's. Auf Platz 28 kommt dann Starbucks mit 28 Punkten. Hat aktuell eine Dividendenrendite von 2,1%. Und sie waren ein Unternehmen, welches sehr hohe Wachstumsraten hatte. Fast 14% pro Jahr. Mal rechnen auch in den nächsten beiden Jahren mit fast 18% Wachstum. Ausstellung auf den Free Cashflow 55%. Hatten auch immer starke Aktienrückkaufprogramme. Da gab es ja einen Führungswechsel. Dann wurde erstmal gesagt, man möchte keine Aktien mehr zurückkaufen. Nun gab es aber dann wieder die Kehrtwende von der Kehrtwende. Man möchte wieder weiter Aktien zurückkaufen. Also auch Starbucks weiter hier ordentlich am Gas geben. Hammerbau. Ein Minus von 18,2 Milliarden Dollar. Die Wachstumsraten wirklich sehr stabil. Da konnte man alle drei Punkte für sich holen bei den Free Cashflow Gewinn und Umsetzen. Aber die Margen sind nicht angestiegen, wie man hier sehen kann. Aktuell hat man eine höhere Rendite als im Schnitt und ein niedrigeres KGV. Aber wir sehen es schon, Starbucks hat in den letzten fünf Jahren Durchschnitts-KGV von über 43. Das ist also keine Kennzahl, die ein Unternehmen wie Starbucks dauerhaft so halten kann. Dementsprechend finde ich auch 34 aktuell wirklich sehr sportlich für eine Starbucks. Der Free Cashflow soll nicht ansteigen in den nächsten Jahren. Dafür aber der Gewinn zyklisch sind sie nicht. Deswegen Platz Nummer 28 für Starbucks. Ein Platz besser hat es Cisco hier gemacht mit 3,4 Prozent Dividendenrendite. Sie sind auch so der Dauerläufer hier, zwar erst seit elf Jahren dabei, aber unheimlich beständiges Geschäftsmodell. Und aktuell läuft es eigentlich operativ auch ganz gut. Haben auch immer wieder starke Aktienrückkaufprogramme, wie man hier sehen kann. Und was hier großer Vorteil in der aktuellen Lage ist, sie haben eine Nettoliquidität von über 10 Milliarden US-Dollar. Da muss man lange suchen, um ein Unternehmen zu finden, wo finanziell so stark dasteht. Also mit so vielen liquiden Mitteln operativ gesehen. Konnte man leider keine Punkte hier abgreifen, auch bei den Margen. Nur bei der Bruttomarge, Geschäftsmodell, bekommen sie von mir vier Punkte. Wegen ihrer sehr starken Beständigkeit und vielen Zukunftsthemen, in denen sie drin sind. Auch in der Cybersecurity sind sie sehr stark. Rendite aktuell deutlich über ihrem Schnitt. KGV deutlich darunter. Und Free Cashflow und Gewinne sollen weiter steigen. Deswegen Cisco aktuell für mich so auch eine der wirklich attraktiv bewertetsten Dividendenaktien, die auch eine große Zukunft vor sich haben. Deswegen auch hier ein wirklich sehr starkes Unternehmen, wie ich finde. Auf Platz 26 kommt Unilever. Von vielen natürlich auch ein sehr begehrter Dividendentitel, die mit 3,6 Prozent Rendite aktuell locken. Hatten aber in den letzten Jahren kein wirklich hohes Wachstum. Hier rechnet man jetzt aber in den nächsten beiden Jahren mit zweistelligen Wachstumsraten. Da bin ich mal gespannt. Historia haben sie aktuell keine und haben auch einen hohen Schuldenberg. Über 27 Milliarden Euro Minus. Die hatten ja vor einigen Monaten mal so den Fall, dass sie ja die Sparte von GlaxoSmith klein übernehmen wollten. Für unfassbar viel Geld, wo ich mich ja schon damals gefragt habe, wie sie das stemmen möchten mit diesem Schuldenberg. Operativ gesehen läuft es nämlich lange, schon nicht mehr so rund bei Unilever. Free Cashflow hat als einziges hier eine gute Figur abgegeben. Margen, auch die Free Cashflow Margin und die BDA Margin sind steigend gewesen. Bei der aktuellen Rendite sind wir ein Stück weit drüber. KGV ein Stück weit drunter, aber sie sind so ungefähr auf ihren Durchschnittswerten aktuell. Von der Bewertung her, Free Cashflow und Gewinne sollen in den nächsten Jahren weiter steigend sein. Und viele rechnen sich natürlich auch aus Indien hier. Großes Wachstumspotenzial. Da bin ich ein bisschen skeptischer wie viele. Nichtsdestotrotz, Unilever immer noch ein sehr stabiles Geschäftsmodell und auch wirklich schon sehr staatliche Dividenden, die hier ausgeschüttet werden. Auf Platz 25 die Deutsche Post. Eine sehr hohe Dividendenrendite zum aktuellen Zeitpunkt. 4,7 Prozent. Habe ich auch vor kurzem erstmal eine ausführliche Analyse gemacht, die ihr euch mal gerne anschauen könnt. Durchschnittliches Wachstum in den letzten fünf Jahren lag bei 12,0 Prozent. Ja, die letzten Jahre waren wirklich sehr erfolgreich aus operativer Sicht, wie man auch hier unten sehen kann. Also überall konnte man hier die Punkte einheimsen. Nur bei der Cashposition sieht es nicht ganz so gut aus. Die Aktienanzahl ist genau gleich geblieben. Deswegen gibt es hier einen Punkt. Geschäftsmodell, ja wirklich sehr solide, auch sehr unzyklisch. Also braucht man natürlich immer. Trotzdem auch hier hat man natürlich mittlerweile einiges an Konkurrenz bekommen, weshalb hier also nicht die fünf Punkte vergeben werden. Marschen sind allesamt angestiegen. Rendite deutlich besser und auch KGV deutlich unter dem Schnitt. Aber in den nächsten Jahren der Free Cashflow und der Gewinn sollen nicht ansteigen, weshalb hier wichtige Punkte dann liegen gelassen worden sind. Und die Deutsche Post kommt dann hier eben auf ein Endergebnis von 28 Punkte. Genauso wie die Allianz. Die lockt aber mit einer noch höheren Dividendenrendite 5,3 Prozent. Auch hier rechnet man in den nächsten beiden Jahren mit einem Anstieg so von circa 12 Prozent. Ausschüttung auf den Free Cashflow sehr niedrig, 19 Prozent. Aber man darf natürlich nicht vergessen, Allianz ist auch ein Unternehmen, wo viel mit dem eigenen Geld arbeiten muss. Dementsprechend hat man auch hier eine hohe Cashposition operativ gesehen. Ja, Umsatz hatte man zwei Prozent im Schnitt zulegen können. Gewinne im Free Cashflow sind sinkend gewesen. Geschäftsmodell sehr solide natürlich. Auch hier gibt es dann wieder einen Punkt bei Brutto und EBITDA-Marge. Die Rendite liegt aktuell über ihrem Fünfjahres-Schnitt, weshalb sie hier den Punkt bekommen. Und die KGV-Punkte, die haben sie aber liegen gelassen. Denn da ist man aktuell ein kleines bisschen höher als der Durchschnitt. Denn die Allianz ist vor allem in den letzten Tagen sehr stark gelaufen. Also vor ein paar Wochen hätte man hier noch sehr viel höhere Dividendenrenditen einkassieren können. Steigt der Free Cashflow in den nächsten Jahren? Nein, der Gewinn soll aber steigen. Somit Allianz 28 Punkte. Und es gibt sogar noch einen, der eine höhere Rendite im 28-Punkte-Ranking hat. Und das ist Altria. Sie haben 8,3 Prozent Dividendenrendite. Ja, für den Tabak ist man das auch so ein Stück weit gewohnt, dass die diese unfassbar hohen Renditen ausschütten. Wachstum knapp 8 Prozent im Jahr hat man diese angehoben. Erwartetes Dividendenwachstum 9,9 Prozent in den nächsten beiden Jahren. Ausschüttung auf den Free Cashflow 81 Prozent. Und sie sind auch ein waschechter Dividendenkönig mit 52 Jahren und unterbrochener Dividendensteigerung. Haben aber mittlerweile auch schon Netto-Schulden in Höhe von 22,4 Milliarden Dollar. Und was hier so bei den großen Tabakkonzernen immer das Manko war, operativ gesehen, ist es wirklich nicht so gut gelaufen in den letzten Jahren. Bei den meisten von ihnen zumindest. Denn der Gewinn ist hier wirklich stark rückläufig gewesen. Eigenkapitalrendite aktuell sogar negativ. Deswegen habe ich hier auch nur drei Punkte für das Geschäftsmodell vergeben, weil sie eben auch nicht zyklisch sind. Da habe ich immer auch so probiert, ein bisschen die Waagschale zu halten, weil Tabak eben sehr beschränkt ist und eigentlich fast nur noch über Preiserhöhungen steigen kann. Und die Preise werden ja ohnehin immer teurer. Deswegen für mich hier nur drei Punkte bei dem Geschäftsmodell. Brutto-Marge, Free Cashflow-Marge haben sie die Punkte eingeheimst. EBITDA-Marge nicht. Aktuell hat man eine deutlich höhere Rendite als gewonnen und ein niedrigeres KGV. Außerdem sollen Free Cashflows und Gewinne steigend sein. Deswegen ein wirklich sehr guter 23. Platz für Altria. 29 Punkte haben unter anderem Accenture gehabt. Die haben aktuell allerdings nur eine Dividendenrendite von 1,4 Prozent. Da erwartet man aber in den nächsten beiden Jahren einen Anstieg von über 20 Prozent. Und operativ gesehen ist es wirklich richtig stark gelaufen die letzten Jahre. Dementsprechend auch eines meiner absoluten Lieblingsunternehmen aus Europa. Cashbestände sieht ebenfalls sehr stark aus. Margen bis auf die EBITDA-Marge sind die anderen beiden auch gestiegen. Man hat aktuell die gleiche Rendite wie in den letzten fünf Jahren. KGV ist sogar leicht gefallen. Man rechnet mit steigenden Gewinnen und Free Cashflows. Und dementsprechend kommt man auf 29 Punkte. Einziges Manko hier, dass sie ihren Sitz in Irland haben. Das ist für uns nicht immer ganz ideal aus deutscher Sicht hingesehen, weil da doch relativ viel abgezogen wird. Dann auf Platz 21 kommt Caterpillar. Ebenfalls ein absoluter Evergreen in vielen Dividendendepots. 2,0 Prozent Dividendenrendite. Und man rechnet in den nächsten zwei Jahren hier auch mit 13,1 Prozent Wachstum. Ausschüttungsquote 65 Prozent. Auch das ordentlich. Und ist auch schon eine Weile ein Dividenden-Aristokrat mit 29 Jahren Dividendenerhöhung in Folge. Die Ergebnisse allesamt steigen gewesen. Man hat allerdings auch relativ hohe Netto-Schulden mit über 19 Milliarden Geschäftsmodell. Ja, sie sind da natürlich einzigartig positioniert in ihrem Bereich. Also haben hier wirklich eine Marktmacht. Dementsprechend auch von mir fünf Punkte. Sind aber auch ein starker Zykliker, weshalb sie hier dann wieder zwei Punkte dann verlieren. Ansonsten Rendite aktuell knapp unter ihrem Fünfjahres-Schnitt KGV. Allerdings auch sehr niedrig aktuell für ihre Verhältnisse. Und dementsprechend wirklich ein guter Platz 21. Und so langsam kommen wir schon wirklich in die ganz guten Regionen dann vor. Platz 20 kommt dann hier mit Home Depot. Dividendenrendite aktuell 2,4 Prozent. Sie hatten auch wahnsinnig starkes Wachstum. Durchschnittlich 19,4 Prozent in den letzten Jahren. Also wirklich fantastisch. Was natürlich auch an den hervorragenden Ergebnissen gelegen hat. Hier rechnet man jetzt aber mit einer deutlichen Abkühlung. Das wären ja nur Wachstumsraten von knapp über 2 Prozent in den nächsten beiden Jahren. Da glaube ich persönlich doch an etwas höhere Erhöhungen dann. Aber da werde ich mal gespannt mit zuschauen. Ausstellungsquote 70 Prozent. 33 Jahre in Folge gab es hier keine Senkung. Haben auch immer starke Aktienrückkaufprogramme gehabt. Wie man hier sehen kann. Sie haben auch eine sehr hohe Netto-Schuldenlast. Was aber auch wie bei McDonalds ähnlich der Fall ist. Da sie viele Immobilien selber besitzen. Und da eben auch sehr viel Geld immer dafür aufgewendet wird. Operativ gesehen ist es wirklich hervorragend gelaufen. In den letzten Jahren EBITDA-Marsche war steigend. Die anderen beiden nicht. Man hat aktuell eine höhere Rendite als im Schnitt in den letzten fünf Jahren. Und das KGV ist deutlich unter dem der letzten fünf Jahre. Aber da darf man natürlich auch nicht vergessen, was das für hervorragende Jahre für Home Depot waren. Die Aktie da auch so ein Stück weit einen Hype generieren konnte. Nichtsdestotrotz steigende Free Cashflows, steigende Gewinne in der Zukunft macht wirklich gute 29 Punkte und einen verdienten Platz Nummer 20. Ein Platz besser hat es BlackRock gemacht mit 2,6 Prozent Dividendenrendite. Fünf Jahre Wachstum im Schnitt bei 12,6 Prozent. Und hier rechnet man in den nächsten beiden Jahren mit einer Steigerung der Dividende von 27,7 Prozent. Sie hatten zuletzt mehr ausgeschüttet, als der Free Cashflow hergegeben hat. Aber man rechnet hier in den nächsten Jahren weiter mit steigenden Free Cashflows, weshalb man das zwar beobachten sollte. Vor allem aber auch mit einer Netto-Liquidität von über 13 Milliarden Dollar würde ich mir jetzt da auch nicht so die allzu großen Sorgen machen. Ebenfalls haben sie immer wieder starke Aktienrückkaufprogramme gehabt. Die letzten Jahre natürlich für so ein Unternehmen, also Finanzdienstleister wie BlackRock hervorragend gewesen. Bruttomarschen, EBITDA-Marschen waren ebenfalls steigend. Die Rendite aktuell über ihrem Durchschnitt von 2,3. KGV liegt ungefähr genauso drauf, da ist es aber ein kleines bisschen höher. Es gibt hier eben keine Punkte. Der Free Cashflow, wie erwähnt, soll ansteigen. Der Gewinn nicht. Es ist aber auch ein Stück weit ein Zykliger, denn gerade in schwachen Marktphasen, wie wir sie aktuell haben, sind dann eben auch Unternehmen wie BlackRock, welche, die dann da doch etwas härter getroffen werden. Und diese Zyklen kommen natürlich immer wieder mal dann. Auf Platz Nummer 18 Johnson & Johnson. Ebenfalls ein absoluter Evergreen in vielen Dividendendepots. Von vielen auch wirklich eine absolute Lieblingsaktie. Aufgrund ihrer unfassbaren Beständigkeit 60 Jahre in Folge erhöht. Also schon seit 10 Jahren ein Dividendenkönig. 2,6% Dividendenrendite aktuell. Auch hier erwartet man so nicht ganz 5% in den nächsten beiden Jahren. Sollte Dividende hier ansteigen, sehen von den operativen Zahlen sehr stark aus. 6,5 Milliarden Dollar im Positiven. Haben auch gute Wachstumsraten hier gehabt. Hier nur ganz leicht den Punkt, also jeweils beide Punkte nicht holen können. Gute Eigenkapitalrendite. Bruttomarge steigen. EBITDA-Marge steigen. Beim Geschäftsmodell habe ich einen Punkt abgezogen. Es kommt jetzt eine Abspaltung. Da bin ich dann mal gespannt, wie sich das so ein bisschen entwickeln wird. Aber trotzdem ein unfassbar beständiges Unternehmen. Sehr, sehr stark. Aktuell auch die Rendite. Genauso wie in den letzten 5 Jahren. KGV 24 für so ein Qualitätsunternehmen wie Johnson & Johnson geht es für mich in Ordnung. Sie erwarten weiter steigende Free Cashflows und Gewinne. Kein Zykliker. Daher ein guter Platz Nummer 18. Ein Platz besser hat es Merk gemacht. Aufgrund der höheren Dividendenrendite mit 2,8%. Auch sie ähnlich wie Johnson & Johnson im Gesundheitsbereich hier tätig. Aber teilweise mit einem doch etwas anderen Schwerpunkt. 36 Jahre in Folge die Dividende nicht gesenkt. Also auch eine wirklich sehr gute Beständigkeit. Auch hier rechnet man mit weiteren Anhebungen. Operativ gesehen ist es wirklich ganz gut gelaufen in den letzten Jahren. Hat aber auch eine Netto-Schuldenlast von 17 Milliarden Dollar. Sie hatten steigende Margen in allen drei Bereichen, die hier aufgeführt sind. Rendite aktuell knapp unter dem Schnitt der letzten 5 Jahre. KGV aber deutlich unten drunter. Und auch hier rechnet man mit steigenden Free Cashflows und Gewinne. Ebenfalls kein Zykliker. Daher gute 29 Punkte. Auf Platz Nummer 16. Bristol Myers Squibb. 2,8% Dividendenrendite. Das Wachstum der letzten 5 Jahre lag bei 7,0%. Das erwartete Wachstum der nächsten 2 Jahre soll bei fast 12% liegen. Auch sie 37 Jahre in Folge keine Senkung. Also wirklich sehr sehr beständig. Aktienanzahl ist aber steigend gewesen in den letzten Jahren. Daher hier keine Punkte. Und auch sie eine große Netto-Schuldenlast. Fast 28 Milliarden Dollar stehen hier in den Miesen zu verbuchen. Bei den Ergebnissen da sieht es wirklich sehr stark aus. Also hervorragende Jahre liegen hinter Bristol Myers. Da haben sie auch so ein Stück weit mehr noch in den Fokus. Viele Anleger gespielt. Man hat eben vor allem unsere Johnson & Johnson im Gesundheitsbereich gesehen. Aber ich sehe auch immer öfters mittlerweile Bristol Myers eben. Geschäftsmodell. Gebe ich da auch eine 4 steigende Margen. Überall wirklich sehr stark. Aktuell Dividendenrendite fast auf ihrem 5-Jahres-Schnitt. KGV deutlich darunter. Man erwartet auch hier steigende Free Cashflows und Gewinne. Und dementsprechend 29 Punkte. Der absolute Platzhirsch in der 29-Punkte-Region ist aber British American Tobacco mit wirklich großem Abstand. Bei der Dividendenrendite 6,7 Prozent. Für mich das beste Tabakunternehmen, welches es gibt. Deswegen haben sie bei mir auch einen Punkt mehr bekommen beim Geschäftsmodell. Weil sie im Gegensatz zu den meisten anderen Tabakkonzernen auch operativ in den letzten Jahren wirklich tolle Wachstumsraten hatten. Es gibt aber auch Punkte, die nicht so positiv sind. Es wurden immer wieder neue Aktien ausgegeben. Und zusätzlich kam dann hier eben auch noch der Fall mit dazu, dass sie eine wirklich wahnsinnig hohe Schuldenlast haben. Über 35 Milliarden Dollar stehen hier zu verbuchen. Also das wirklich nicht sehr positiv. Ansonsten steigende Margen im Brutto- und Free Cashflow-Bereich. Rendite aktuell fast auf ihrem 5-Jahres-Schnitt. KGV liegt darüber. Also man konnte schon mal zu sehr viel besseren Bedingungen bei British American Tobacco einsteigen. Man rechnet aber auch hier mit steigenden Free Cashflows und Gewinn. Zusätzlich Tabak natürlich kein Zykliker. Daher hier Platz Nummer 15 und die mit Abstand höchste Dividendenrendite in dem Bereich. Nun geht es an die runde Zahl, die Nummer 30. Und da sind schon wirklich dann Unternehmen, die also wirklich sehr dick gepunktet haben in dem Vergleich. Die A.O. Smith Aktie ist auf Platz Nummer 14. Fast zwei Prozent Dividendenrendite. Also wenn sie 0,1 mehr gehabt hätten, wären sie sogar bei 31 gewesen. Die sind tolle Wachstumsraten in den letzten Jahren gehabt. Man rechnet auch weiterhin mit solidem Wachstum. Ausschüttungsquote 44 Prozent. Sieht also wirklich sehr gut aus. 30 Jahre Historie. Also auch das ein sehr beständiger Dividenden-Aristokrat. Tolle Geschäftsentwicklung in den letzten fünf Jahren, wie man hier sehen kann. Auch sie keine Netto-Schulden. Die Bruttomarge, EBITDA-Marge konnte zwar nicht gesteigert werden. Dafür aber die Free Cashflow-Marge. Sie locken auch aktuell mit einer deutlich höheren Dividendenrendite als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre. KGV liegt deutlich unter den letzten fünf Jahren. Der Free Cashflow soll zwar nicht ansteigen in den nächsten Jahren dafür, aber der Gewinn. Zusätzlich sind sie auch nicht wirklich ein Zykliker. Und dementsprechend wirklich sehr starkes Ergebnis mit 30 Punkten und Platz Nummer 14. Ein Platz besser hat es Fastenal gemacht. Auch das ist ein Unternehmen, welches immer wieder mal bei mir auf dem Kanal vorgestellt wurde. Als absolutes Qualitätsunternehmen. Und das haben sie auch in diesem Ranking hier wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt. 2,4% Dividendenrendite. Durchschnittlich 14,0% Wachstum. Und auch hier rechnet man mit hohen einstelligen Wachstumsraten über die nächsten Jahre hinweg. Ausschüttung auf den Free Cashflow war allerdings relativ hoch mit 115%. Sie hatten aber jetzt auch vor ein paar Quartalen mal so zwei dabei, die nicht ganz so stark waren. Wo dann eben auch die Ergebnisse so ein Stück weit enttäuscht haben. Oder eben nicht viel übrig geblieben ist. Das war jetzt in den letzten beiden Veröffentlichungen wieder sehr viel besser. Dementsprechend operative Entwicklung der letzten fünf Jahre sehr, sehr stark. Sie haben auch nur eine minimale Netto-Schuldenlast von 334 Millionen. Also für uns ist das natürlich viel Geld. Aber für ein Unternehmen wie Fastenal ist das natürlich fast der Nullpunkt dann. Geschäftsmodell wirklich sehr, sehr stark und solide. Die EBITDA-Marge konnten steigen. Die Rendite liegt aktuell knapp über ihrem 5-Jahres-Wert. KGV liegt unter ihrem 5-Jahres-Schnitt. Und man rechnet in den nächsten Jahren mit steigenden Free Cashflows und steigendem Gewinn. Zusätzlich ist Fastenal auch kein Zykliker und daher Platz Nummer 13 hochverdient. Und das waren auch die einzigen beiden Unternehmen, die in diesem elitären Preis der 30 Punkte waren. Danach geht es dann weiter mit 31 Punkten. Und die werden angeführt von S&P Global, beziehungsweise also angeführt von unten. Sie haben nämlich aktuell nur eine Dividendrendite von 0,9%. Daher haben sie hier keinen Punkt bekommen. Wachstum aber war wirklich sehr stark mit 16,7% im Schnitt. Und man rechnet auch weiter mit hohen einstelligen Wachstumsraten. Da könnte man jetzt noch abwarten, ob vielleicht sich die operative Entwicklung etwas besser verhält, dass man dann hier vielleicht noch höhere Wachstumsraten haben kann. Also sie haben ja da auf jeden Fall gezeigt, dass sie gewillt sind, große Dividendenanhebungen zu machen. Sie haben bereits eine 36-jährige Historie und immer wieder starke Aktienrückkaufprogramme. Cash-Position 9,9%. Bei S&P Global musste man zuletzt auch berücksichtigen. Da sind die Aktien zwar mal stark angestiegen, aber auch das hatte eher eine Übernahme zugrunde. Dementsprechend ist S&P Global eigentlich hier immer fleißig dabei gewesen, Aktien zurückzukaufen. Cash-Position knapp 10 Milliarden im Minus. Ansonsten tolle operative Entwicklung, wie man sehen kann. Auch alle Margen konnte man steigen. Geschäftsmodell. Die Ratingagenturen haben einen der tiefsten Burgräben, die es überhaupt gibt. Deswegen hier auf jeden Fall verdiente 5 Punkte. Rendite hatten sie auch im Schnitt 0,9%. Deswegen gibt es hier keinen Punkt. KGV ist aktuell leicht unter ihrem 5-Jahres-Wert. Die Ratingagenturen ja allgemein immer etwas höher von der Bewertung her, weil sie eben so sehr stark und beständig sind. Man rechnet mit steigenden Free-Cash-Floss und Gewinn. Sie sind kein Zykliker, also nicht wirklich. Natürlich sind sie jetzt aktuell mal in einer schwierigen Phase. Aber das ist jetzt für mich nicht so der Inbegriff, wie man es sonst so bei diesen zyklischen Unternehmen, wie eben beispielsweise im Öl- oder im Industriebereich kennt. Deswegen bei S&P Global hier kein zykliger Abzug bei mir und daher 31 Punkte und Platz Nummer 12. Auf Platz Nummer 11 hat es Apple ganz knapp nicht in die Top 10 reingeschafft. Und das lag vor allem an der aktuell sehr niedrigen Dividendenrendite. Ich weiß, viele würden dann jetzt vielleicht sagen, muss man so einen Titel überhaupt mit reinnehmen. Ich finde schon, vor allem eben auch aufgrund dessen, dass sie einer der Unternehmen waren, die die meisten Aktien in den letzten Jahren zurückgekauft haben, weil das entspricht ja auch einer Art der Dividende. Deswegen ist Apple hier auch mit dabei und man erwartet hier weiter stark steigende Dividenden. Deswegen habe ich sie hier auch mit reingenommen. Aber dementsprechend starten sie auch schon mal hier dann quasi mit 5 Minuspunkten oder eben Punkte, die nicht erreicht werden können. Ja, operativ gesehen weiß natürlich fast jeder, wie sich Apple da geschlagen hat. Also alle Bereiche sehr stark gewachsen, auch alle Margen. Natürlich Geschäftsmodell Nummer 5, die mit Abstand wertvollste Marke der Welt, sind aktuell deutlich unter ihrer Durchschnittsrendite. KGV auch leicht über ihrem Durchschnitt, sonst wären sie sogar noch besser gewesen. Also da haben nur 0,3 Punkte gefehlt. Die Free Cashflow-Gewinne sollen natürlich steigen in den nächsten Jahren. Sie sind kein Zügliger und dementsprechend Platz Nummer 11. So, nun wird es natürlich spannend. Wer ist in der Top 10 mit drinnen? Und hier gibt den Startschuss die Aktie von Sherwin Williams. Denkt dran, ihr Lieben, lasst einen Daumen nach oben für das Video da. Das unterstützt diese Arbeit wirklich ungemein, die ich da reingesteckt habe. Und wenn ihr neu seid, lasst gerne ein Abo da. Und nun würde mich natürlich aber noch interessieren, was glaubt ihr, wer neben Sherwin Williams noch in der Top 10 drin ist? Lasst gerne mal ein Kommentar im Vorfeld da. Mal schauen, wie gut ihr im Raten seid. Ein Unternehmen, wo vielleicht nicht jeder so auf dem Schirm hat, aber ein wirklich absolutes Qualitätsunternehmen, welches vor allem so im Bereich der Industrie, Lacke und Farben zu Hause sind. Dividendenrendite, das ist so ein bisschen ihr einziges großes Manko, dass sie nur 1,0% haben. Tolle Wachstumsraten, jeweils 15% in der Vergangenheit. In den nächsten beiden Jahren rechnet man auch mit über 15% Wachstum. 44 Jahre in Folge erhöht. Also sie sind auch ein potenzieller neuer Dividendenkönig. 11 Milliarden Dollar schulden zwar, aber wenn wir uns hier die operative Entwicklung anschauen, das sieht wirklich sehr stark aus. Umsatzgewinn und Free Cashflow, alle im Schnitt zweistellig in den letzten Jahren gewachsen. Die Brutto-Free Cashflow-Marge konnten beide nicht angehoben werden. Dafür aber die EBDA-Marge. Rendite ist aktuell über ihrem Fünfjahresschnitt und das KGV drunter. Aber wenn man natürlich bedenkt, ein Unternehmen, wo so im Bereich der Industrie lacke und so zu Hause ist, ein KGV von über 30, das ist schon wirklich sportlich. Also niedrige Rendite und KGV, das ist so ihr Schwachpunkt, würde ich aktuell sagen. Aber man rechnet auch in den nächsten Jahren weiter mit steigendem Free Cashflow, steigendem Gewinn. Und dementsprechend hier Sherman Williams mit 31 Punkten Platz Nummer 10. Ebenfalls 31 Punkte hat United Health Group erreicht, haben aber eine höhere Dividendenrendite mit 1,2 Prozent, sind aber auch von der Qualität her nicht minder. Im Gegensatz zu Sherman Williams, sehr starkes Unternehmen, eines der stärkst wachsenden Dividendenunternehmen. Also was die Anhebung angeht, auch in den nächsten Jahren rechnet man mit zweistelligen Anhebungen. Man schüttet aktuell nur 19 Prozent des Free Cashflows aus. 22 Jahre in Folge gab es hier keine Senkung. Immer wieder wurden auch Aktien zurückgekauft. Sie haben nur 2,9 Milliarden Dollar Schulden. Das ist für ein Unternehmen, wo so starker Cashflows generiert wie United Health Group. Also wirklich nicht besorgniserregend. Sie hatten eine tolle operative Entwicklung, wie man hier sehen kann. Brutto Free Cashflow und EBITDA-Marge konnten gesteigert werden in den letzten Jahren. Rendite knapp unter ihrem 5-Jahres-Schnitt und KGV knapp darüber. Man rechnet weiterhin mit steigenden Free Cashflows, steigenden Gewinn. Kein Zykliker, dementsprechend Platz Nummer 9. Auf Platz Nummer 8 hat es Snap-On geschaffen. Die anderen Werkzeughersteller haben wirklich keine so gute Figur abgegeben. Da ist Snap-On wirklich ganz anders gewesen. Vor allem ja auch Stanley Black & Decker ist ja in diesem Jahr extrem hart abgestraft worden. Snap-On 2,4% Dividendenrendite, 15% Wachstum durchschnittlich in den letzten Jahren. Auch hier rechnet man mit zweistelligen Anhebungen. 50% schüttet man von Free Cashflow aus, wirklich sehr stark. Und 36 Jahre in Folge gab es auch keine Senkung. Zusätzlich tolle Aktienrückkaufprogramme operativ gesehen. Man hat kaum Netto-Schulden, Umsatz 4,4% gestiegen. Gewinn sogar um 8,5% der Free Cashflow im zweistelligen Bereich. Alle Margen konnten angehoben werden. Man hat aktuell auch eine etwas höhere Rendite als im Durchschnitt der letzten 5 Jahre. KGV liegt ein bisschen unter dem 5-Jahres-Schnitt. Hier ein kleines Manko. Der Free Cashflow soll nicht weiter ansteigen. Aber wenn man sich das anschaut, 50% der Ausschüttung aktuell nur, dann ist das jetzt nicht so das ganz große Problem. Der Gewinn soll weiter angehoben werden. Sie sind für mich kein Zykliker. Ich habe mal so die Ergebnisse nämlich ein Stück weit beobachtet von Ihnen. Da war Snap-On wirklich sehr beständig. Ich habe hier das dann auch immer berücksichtigt, auch wenn man vielleicht in einer etwas zyklischen Branche tätig ist. Wenn die Unternehmen hier eben von den Ergebnissen nicht wirklich sehr zyklisch waren, habe ich also auch das honoriert. Dementsprechend Snap kein zykliker Abzug und hier wirklich einen sehr starken Platz Nummer 8. Auf Platz Nummer 7. Sie waren auch die Platz Nummer 1 bei den 31 Punkten mit 3,8 Dividendenrendite. Nämlich Wachstum der letzten 5 Jahre 15,1%. Dividendenwachstum erwartete liegt ebenfalls bei über 15%. Historie 36 Jahre. Infolge hat Hero Price seine Dividende erhöht. Und zusätzlich starke Aktienrückkaufprogramme gehabt. Cash-Position aktuell 2,1 Milliarden Dollar. Tolle operative Entwicklung. Aktuell läuft es aber eben nicht so rund aufgrund der schwierigen Marktlage, weil vor allem eben die aktiv gemanagten Fonds natürlich unter Mittelabflüssen zu kämpfen haben. Und auch entsprechend natürlich unter schwacher Kurs-Performance. Das drückt natürlich ein bisschen auf die Ergebnisse von Tiro Price. Das heißt ein bisschen, also schon stark natürlich. Und entsprechend ist die Aktie auch sehr hart abgestraft worden, weshalb sie auch aktuell eine sehr viel höhere Dividendenrendite ausschütten. mit 3,8% als gewohnt mit 2,5%. KGV liegt aktuell bei 14,1%. Free Cashflow und Gewinn erwartet man nicht, dass der ansteigt in den nächsten Jahren. Und sind eben auch ein Zykliker, wo sie hier dann eben die meisten Punkte haben liegen lassen. Ansonsten aber wirklich sehr starke 31 Punkte. Auf Platz Nummer 6 mit 32 Punkten kommt Texas Instruments. 2,7% Dividendenrendite, 18,2% durchschnittliche Anhebung in den letzten 5 Jahren. Und man erwartet hier fast zweistelliges Wachstum in den nächsten beiden Jahren. Ausstattung auf den Free Cashflow 73%. Deswegen kriegen sie hier nur einen Punkt, weil es nah an die 100 dann bald rangeht. Historie 19 Jahre erhöht und zusätzlich auch immer wieder fleißig eigene Aktien zurückgekauft. Sie haben eine Cashposition von über 1,7 Milliarden Dollar. Operativ ist es wirklich sehr gut gelaufen im analogen Halbleiterbereich. Da sind sie mit Abstand der große Platzhirsch, weshalb sie auch bei mir 5 Punkte bekommen. Aber natürlich als Halbleiterunternehmen im analogen Bereich kriegen sie von mir her den Zyklikerabzug. Bruttomarge, Free Cashflow-Marge, EBTA-Marge allesamt angestiegen. Rendite liegt aktuell ein Stückchen über ihrem Schnitt, KGV unter ihrem Schnitt. Der Free Cashflow soll in den nächsten Jahren allerdings nicht ansteigen. Dafür aber der Gewinn und dementsprechend Texas Instruments 32 Punkte und Platz Nummer 6. Auf Platz Nummer 5 das nächste Halbleiterunternehmen in Form von Broadcom. 3,2% Dividendenrendite und ein 5-Jahres-Durchschnittswachstum von 23,7%. Also die haben wirklich richtig Gas gegeben. Und auch hier erwartet man weiter, dass richtig Gas gegeben wird. Mit 27,8% rechnen die Analysten zum aktuellen Zeitpunkt damit, sollen die Dividenden in den nächsten beiden Jahren zusammen angehoben werden. Ausschüttung 46%, auch das wirklich sehr gut. Sie haben allerdings immer wieder neue Aktien herausgegeben. Könnte auch ein Stück weit daran liegen, dass sie wirklich auch hohe Schulden haben mit 29 Milliarden. Weil Broadcom auch immer wieder bei Übernahmen Gas gegeben hat in den letzten Jahren operativ gesehen. Haben sie sich wirklich sehr stark entwickelt. Geschäftsmodell, da sie ebenfalls wirklich sehr gut positioniert sind, breit aufgestellt sind in sehr krisensicheren Bereichen, kriegen sie von mir hier 5 Punkte. Alle Marschen konnten angehoben werden. Rendite ist auch aktuell ein bisschen über ihrem Schnitt. Das KGV deutlich unter ihrem Schnitt. Allerdings, ja, ein 40er KGV für ein Unternehmen wie Broadcom, dass das nicht auf Dauer so bleiben kann. Das sollte eigentlich jedem auch klar sein. Der Free Cashflow und der Gewinn sollen in den nächsten Jahren weiter steigen. Bekommen von mir aber den zykligen Abzug. Dementsprechend 32 Punkte. Das war auch das letzte Unternehmen, welches 32 Punkte erreicht hat. Also das heißt, Platz Nummer 4 bis 1 haben noch mehr Punkte erreicht. Auf Platz Nummer 4 mit sehr starken 33 Punkten ist die Aktie von ASML, die mittlerweile eine Dividendenrendite von 1,2% haben. Das sah vor einiger Zeit noch ganz anders aus. Da waren sie mal bei 0,5, 0,6%. Aber starke Anhebungen und ein etwas schwacher Kursverlauf haben dafür gesorgt, dass sie mittlerweile 1,2% haben. Tolle Wachstumsraten in den letzten Jahren gehabt. Auch hier errechnet man weiter mit zweistelligem Wachstum. Wie es auch nochmal so das Management durchaus bestätigt hat auf dem letzten Investor Day. Also es soll auch viel Geld für Aktienrückkauf ausgegeben werden. Hier hat man auch schon ordentlich welche zurückgekauft in den letzten Jahren. Cashposition ganz knapp im Minus. Sonst hätten sie sogar noch zwei Punkte mehr gehabt. Dann wären sie sogar auf 35 Punkte gewesen und damit auch auf Platz Nummer 1 mit dem anderen Unternehmen, welches auf Platz Nummer 1 ist. Die haben nämlich ebenfalls 35 Punkte erreicht. Tolle operative Entwicklung, Marge, Geschäftsmodell braucht man glaube ich nicht viel dazu sagen. Größter Burggraben im Technologiebereich, den es aktuell auf unserem Planeten gibt. Rendite deutlich über ihren Schnitt der letzten fünf Jahre. KGV aktuell ja ungefähr, aber eben doch ein kleines bisschen drunter. Deswegen gibt es auch hier Punkte. Free Cashflow soll steigen, Gewinn soll steigen. Und nun seht ihr beim Zykliker habe ich hier keinen Punktabzug gemacht, wie bei anderen Halbleiterunternehmen, weil ASML einfach in den letzten Jahren gezeigt hat, auch wenn ein schwacher Zyklus im Halbleitermarkt ist. Viele der Unternehmen müssen eben trotzdem die Maschinen kaufen. Und bei ASML war eben über viele Jahre hinweg hier nicht zu sehen, dass sie also von den wirklich auch mal schwachen Zyklen der Halbleiterbranche getroffen sind. Und eben auch mit ihrem jetzigen Portfolio rechne ich auch auf einige Zeit nicht damit, dass ASML einen großen Einbruch erleben wird, weshalb ich ihnen hier keine Punkte abgezogen habe. Und dann sind wir auch schon beim Treppchen. Die Bronze-Medaille geht an Lowe's. Die haben sehr viel besser abgeschnitten als Home Depot, obwohl sie eine niedrigere Dividendenrendite haben mit 1,8%. Das Fünf-Jahres-Wachstum lag ja bei 16,5%. Und auch hier erwartet man in den nächsten beiden Jahren mit wirklich stark steigenden Dividenden. Ausschüttung lag zuletzt bei 31% auf dem Free Cashflow. Also auch das sehr gesund. Sind auch schon seit zehn Jahren ein Dividenden-König. Also eine Wahnsinns-Historie. Aktienanzahl stark sinkend gewesen. Da haben sie auch richtig Gas gegeben. Auch hier gibt es so den Wermutstropfen mit den großen Netto-Schulden. Minus 30,9 Milliarden Dollar. Aber operativ ist es sehr, sehr stark gelaufen. Tiefer Burggraben, Marschen alle angehoben. Rendite über ihrem Fünf-Jahres-Schnitt. KGV unter ihrem Fünf-Jahres-Schnitt. Und die Free Cashflows und Gewinne sollen in den nächsten Jahren weiter ansteigen. Dementsprechend sind sie auch kein Zykliker. Die Baumärkte, da kommen die Leute natürlich immer hin und haben somit wirklich sehr starke 33 Punkte erreicht. Aber Platz Nummer zwei und Platz Nummer eins haben jeweils eben nochmal einen Punkt mehr dann geschafft. Also Platz Nummer zwei mit 34 Punkten. Und die Silbermedaille somit geht an Microsoft. 1,1 Prozent Dividendenrendite. 10,7 Prozent durchschnittliches Wachstum in den letzten fünf Jahren. Und man erwartet auch hier weiter mit signifikanten Anhebungen. Ich glaube, das ist noch etwas konservativ geschätzt. Auch wenn es jetzt aktuell natürlich mal so den einen oder anderen Dämpfer gegeben hat. Wir haben hier ein Unternehmen, wo eine Ausstattungsquote von 30 Prozent hat. Cash-Bestände von über 50 Milliarden Dollar. Also ich glaube, dass Microsoft hier eher sich auch so an den 9 bis 10 Prozent in den nächsten beiden Jahren orientieren wird. Aber das ist jetzt natürlich nur so meine persönliche Einschätzung. Umsatzwachstum, Gewinn, Free Cashflow. Das sucht natürlich seinesgleichen hier mit diesen wahnsinnigen Wachstumsraten. Alle Margen angestiegen. Rendite aktuell nicht über den Fünf-Jahres-Schnitt. Dafür aber das KGV. Der Free Cashflow soll steigen. Der Gewinn ebenfalls. Zykliker sind sie nicht. Und damit super starke 34 Punkte. Und jetzt die Frage natürlich an euch. Welches Unternehmen fehlt? Ich persönlich war wirklich sehr überrascht, dass sie wirklich auf Platz Nummer 1 sind. Wenn ihr glaubt, es zu wissen, schreibt es jetzt nochmal unten in die Kommentare rein. Ansonsten gehen wir nun auf Platz Nummer 1. Und die haben es geschafft mit sagen und schreibe 35 Punkten hier, die sich gegen 74 andere Aktien durchzusetzen. Und das ist die Aktie von Nike. Dividendenrendite 1,2 Prozent. Da haben sie sehr viele Punkte liegen lassen. Das war dann aber auch schon fast alles, wo sie die Punkte verloren haben. Denn man sieht es hier. Zweistelliges Wachstum in den letzten fünf Jahren. Man erwartet über 15 Prozent Wachstum in den nächsten beiden Ausschüttungen 54 Prozent. Historie, 19 Jahre, sehr stark. Immer wieder Aktienrückkaufprogramme gehabt. Man hat eine positive Netto-Liquidität. Tolle operative Entwicklung. Auch wenn Corona hier auch noch mit reingespielt hat. Also das zeigt nochmal, wie stark Sportartikelhersteller eigentlich gelaufen sind. Geschäftsmodell 5. Natürlich eine der stärksten Marken der Welt. Hier haben sie ihren anderen Punkt noch verloren. Bei der Free Cash Flow Marge. Die war nicht steigend. Ansonsten, man hat aktuell eine höhere Rendite als gewohnt, niedrigeres KGV. Man erwartet steigende Free Cash Flows, steigende Gewinne, kein zykliger und somit ein verdienter Platz Nummer 1 mit 35 Punkten. Auch wenn die Rendite natürlich nicht die höchste ist. Aber Nike ein absolutes Qualitätsunternehmen, wo auch wirklich immer ein guter Kandidat für ein Dividendendepot ist. So, nun wissen wir, welche Aktien sich hier gegen die anderen durchgesetzt haben. Und nun gibt es natürlich aber noch ein paar interessante Top-Werte, die mit Sicherheit viele von euch interessieren. Und zwar, welche 10 Aktien hatten denn hier in der Vorstellung die höchste Dividendenrendite? Hier sind natürlich dann auch wieder die dabei, die es gar nicht in die Top 50 geschafft haben. Und zwar war hier Altria, Imperial Brands und British American Tobacco, also gleich 3 von den Tabakunternehmen unter den ersten 5 mit dabei. Und die anderen beiden kommen aus dem Telekommunikationsbereich. AT&T und Verizon, also allesamt weit über 6% Dividendenrendite. Dann auf Platz Nummer 6 Blackstone 5,4%. Dann kommt noch ein Tabakhersteller mit Philip Morris. Allianz aktuell 5,3%. Legget & Platt 5,0%. Und weiterhin in der Top 10 Intel mit 4,9%. Also da sieht man, welches die ganz dicken Dividendenausschüttungen waren. Aber alle aus wirklich sehr ähnlichen Bereichen. Also man sieht einiges finanztechnisches mit dabei. Oder dann eben hier der Tabak und Telekommunikation. Dementsprechend, ja, einige Sachen hier natürlich nicht so die ganz guten Zukunftsaussichten. Aber in der aktuellen Phase natürlich absolut hohe Dividendenausschütter. Welche Unternehmen haben die niedrigste Ausschüttungsquote? Das waren diese 10 hier mit jeweils 13% auf Platz Nummer 1, ASML und Apple. Die Auflistung habe ich natürlich gemacht aufgrund dessen, dass man hier dann eben auch auf jeden Fall die Fantasie haben darf, dass hier also noch lange die Dividenden weiter erhöht werden können. Dann kommt schon die Telekom mit 17%, Allianz 19%, United Health Group 19%. Ebenfalls wie die Allianz, dann kommen auf Platz Nummer 7 gleich 3, nämlich KLA, Kroger und BP. Und auf Platz Nummer 10 zuletzt Exxon Mobile mit 25%. Aber beim Öl weiß man ja, wie schnell das Ganze eben umswitchen kann. Dann natürlich auch wirklich sehr interessant für viele, welche Unternehmen sollen denn das größte erwartete Wachstum, also Anhebung ihrer Dividende in den nächsten beiden Jahren haben. Und das sind diese 10 hier auf Platz Nummer 1, KLA mit fast 35%, dann kommt Kroger mit 33%, genauso wie Lowe's, Shell um 28%, Broadcom 27,8%. Dann kommt BlackRock mit über 27%, Snap und United Health je über 22%, Unilever 21% und auch Accenture kommt auf über 20% Anhebung in den nächsten beiden Jahren. Und dann habe ich auch noch die Unternehmen reingenommen, wo die Aktien sich am schnellsten aus dem Markt zurückgezogen haben, also sprich wo eben viele Aktien zurückgekauft worden sind. Und da waren diese Unternehmen, die Champions auf Platz Nummer 1, Qualcomm 5,3% durchschnittlich sind die Aktien hier rückläufig gewesen in den letzten 5 Jahren. Also wirklich ein toller Wert, genauso wie Apple fast 5%, Amgen 4,8%, Lowe's 4,6%, Starbucks hat er über 4%, Walgreens ebenfalls. Dann kommt Cisco mit 3,6%, Kroger 3,4%, dann kommt Target mit 3,3% und Inter mit 3,0%. Aber gerade bei den letzten beiden darf man auf jeden Fall davon ausgehen, dass die in ein, zwei Jahren hier in diesem Ranking nicht mehr mit dabei wären, denn da werden sogar teilweise schon neue Aktien mittlerweile ausgegeben zum aktuellen Zeitpunkt. So, nun sind wir am Ende des Videos angekommen. Es waren mit Sicherheit einige Überraschungen mit dabei und wenn ihr euch nun dafür interessiert, wie ich aktuell ein Dividendenwachstumsdepot aufbauen würde, schaut gerne mein aktuelles Video dazu an. Vergesst doch bitte nicht, abonniert den Kanal und wenn ihr euch für die Timeless App interessiert, nutzt gerne meinen Affiliate-Link unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen.